Es ist jetzt aber auch wieder eine gute Folge, muss ich ja nicht hassen, dass es die geworden ist, oder? Muss ich ja eigentlich nicht hassen, oder? Ui, da schaut er schön aus, bist neisch, da schaut er schön aus, bist du teppat? Ui, geila, ui! Sie haben zwar gesagt, ob du okay, sie suchen nach dem, aber... ...muss ja nicht unbedingt hassen, dass das jetzt so wirklich die geworden ist, oder? Nicht unbedingt! Endlich dürfen wir auch auf Bäume klettern, Gott sei Dank! Endlich können wir auch auf Bäume klettern! Ihr seid im Wald eurer Bombe! Oder es hilft sogar gegen gewisse Situationen! Ja, ich werde es machte. Entschuldigung, sie würden es nicht unbedingt mehr. Ja, aber auch hier ist es nicht nicht nur die Zeit, ..., dass sie nicht so kommen Kräfte und von ihnen zu 2 auf die Reise gekommen sind. Also die Zeit mussten nicht nur die ich nicht, und drehen sie nicht alle gut so. Ich hätte ja nicht. Das ist doch nicht! und auch in den und hier und im Bund zu berühren die hier setzt sich da an das gehen ab wasserflächen ich kann mal wasserflächen so ein bürger bist du mal ist uiuiui wenn man wasserflächen Das ist jetzt interessant dann. Nein, dann mal Wasserfläche. Uiuiuiuiui. Naja, das kann man eigentlich als Bond sehen, oder? Könnte man eigentlich schon sagen, oder? Das... Wo ist? Alter, nur weil der zu langsam ist, oder was? Und da los? Verbündeten verloren, aber er war zu schnell, oder? Ja, was? Ich glaube, er war zu schnell, für ihn, oder? Ja... Mal schauen... Könnte es sein, könnte es sein, dass wir da... Wirklich zu schnell waren, fern. Ja, 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 ja. Warte mal kurz. Fern, dann geht es hier wieder, ja. Schau, das könnte... Das kann man eigentlich als Bond zählen. Das kann man wieder als Bond zählen. Oh! Ach so, ich musste dann wieder zurück und alles. Ach so. Deshalb. Aber dachte, das ist vielleicht auch noch voraus, oder so. Ich habe jetzt nicht mitgläsern gehabt. Ich habe mich mehr aufs Klettern konzentriert. Okay. Ok. Das kann man mitglässt. da bist du einfach desinkonisiert und ladest wieder nach ladest ein bisschen alles und bist ja wieder da gewinnt er da war ne kleine Pussy Pussy wir dürfen trotzdem mit dem boden berühren sehr aufpassen wo ich da wieder herumkletter was dafür das ist also so hat man jetzt nicht anzeigt nein also nehme ich auch an dass ich das auch nehmen darf obwohl das was kann man eigentlich aus dem boden sehen das muss man auch dazu sagen wahrscheinlich aber nicht der gemeinte boden wahrscheinlich ach du scheiße geht doch haben wir noch klick gehabt da kann doch fallen der blick von der arm natürlich da kommt er mir nach oben der blick von der arm okay von da kommt er mir nach oben ich muss mal schauen da hinten ja 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 das schon ja dann machen wir das so so dann gehen wir da oben machen wir das einmal so immer gleich mal den weg da einmal wenn das da gleich so gewollt wird schnell mal auf dem weg gleich mal das damit da sind ob es vielleicht noch eins gibt das wäre nicht schlecht auf die karte können wir dazu fallen ja da oder da perfekt 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 und nummer 3 und tschüss schauf damals und und sind wir sogar noch live und unterwegs gewesen ah wahnsinn ui oh man wieso stehen ich bei jeder Vision sicher oh man aber es wenigstens dass es ein examen tut wenigstens examen warte okay passt aber es doch geschafft aber es doch haben wir es doch aber es doch wie schaut es denn jetzt aus der der nächste mission am start oder was hat es hat wird ihn nicht gesehen gehabt.